Herzlich Willkommen zu Tomb Raider. So Leute, was macht ihr denn hier? Was können das denn unsere Leute sind? Ja, der Zache. Ja. Alex wird es entschuldigt, dass du das nicht verletzt hast. Ja, wo ist Alex? Gehen nach Endurance, um ein paar Tools für Reis. Jonah, gib den Hoist ein Versuch. Das muss unsere beste Chance sein, oder? Wir müssen versuchen. Ich bin froh, dass du uns besitzt, Lara. Was kann ich dir helfen? Hilfe Jonah! Ja, müssen wir noch besorgen wahrscheinlich. Ich glaube, das brauchst du uns mittlerweile nicht mehr sagen. Da ist sie gut genug für. Guck mal, hier hängt noch Zeug rum. Ich stehe einfach nicht im Weg rum. Ah, ein Teil für die Schrotflinte gefunden. Ben, ist das hier unten noch was? Ne. So viel dazu. Was wollte sie gerade sagen? Sie ist ja bloß vorsichtig damit. Hey, Leaver ist nicht die Einzige, die damit umgehen kann. Und dann hat sie irgendwo hingeschossen. So, äh, hier Ausrüstung. Ne, halt. Nächstes. Ja. Äh, größeres Magazin. Oder Brandmunition. Das wäre natürlich auch sehr nice. Ach, mhm, mhm, mhm. Ach, mhm, mhm. Genau, das hier machen wir jetzt mal. So, Patronenmagazin, damit es, äh, wird schneller nachgeladen. So, kurz am Auge kratzen und weiter geht's. So, wir müssen jetzt da drüben hin. Äh, ja, dann, äh, auf, wie geht's? Jetzt noch was zum mitnehmen. Gucken wir doch mal. Wow. Das war aber knapp. Wird auch schief gehen können. So, jetzt hier unten erstmal gucken. Aber hier ist erstmal nichts. Gut, dann, komm mal hier die, das Leidechen hoch. Rauf, 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 rauf. Immer schön die Treppe rauf. Naja, hier ist was. Erstmal mitnehmen. Hallo. So. Oh. Lalala. Oh. Oh, ho, ho. Was war das denn? Wollt ihr auch da rüber? So, geht auch. So, geht auch. Wollt ihr das? Es scheint, wie sie haben. Ich weiß nicht, lass mich denken. Die Radie hat uns vor hundert. Wir sind weg, Bruder. Was, was wir machen? Was wir machen? Verdammt. Hör auf einen Sekunden. Lass mich denken. Was ist passiert? Du hast gesehen, die Schmutz kommen aus den Mauten. Ja, das könnte nichts sein. Wir gehen in in die Nacht. Wait. Du denkst, das ist eine gute Idee? Vielleicht müssen wir hier warten. Für den nächsten Schiff. Ja, wir warten eine lange Zeit. Something ist falsch, Bruder. Get your shit ready. We leave it sundown. Wo sind die verstecken? Ah! Hallo! Mitnehmen! Hä? Was aur вот a rumor? Jennifer! Guck mal. Das ist doch so.. So, hier ist schon mal keiner. Da oben ist der andere. So, da waren ja nur zwei. So, nu. Hä? Ah, ja, dann gehen wir mal hier hoch. Achso. Man sollte auch richtig gucken, was die Zeichen zeigen. Ja, la 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 la. Hüpp. So. Was denn? Was man von hier aus alles sieht. Ups. Ob das so gut war? Wir wollen es mal hoffen. Was denn? Was denn? Wir sind in der Park. Wir sind weg. Wir sind weg. Du bist da. Wir sind da. Du bist da. Was? Wir sind zu? Just shut up and get behind something. Come here! Schmeißt ja gleich den ganzen Bogen weg. So, hier ist auch noch ein bisschen Zeug. Hier ein bisschen Fisch. Das Essen mal mitnehmen. So, was haben wir hier gefunden? Hier gefunden? Kaiserhof, okay. Na ja, schöne Sache. Haben sich viel Mühe mitgegeben mit den kleinen Details. Warum sollten wir da rüberhüpfen? Also rüberhüpfen ja, aber hier über diese Reling meine ich. Ja. So, legen alle schön beieinander. Ah ja, gut. Feine Sache. Was, ein Tau. Oh, schon krass. Gut, 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 gut. Allöchen. Soviel dazu. Hä? Der übertreibt doch, der spielt doch schon wieder. Hä? 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 Ich glaube dem kein Wort. Ich glaube dem kein Wort. Hä? 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 Ich gehe nach Alex. Wo waren die Tauern? Die Motorräder. Schau, er kann sich sich um sichern, Lara. Gut. Dann werden wir bald wieder zurück. Hm. Hm. Taff. Oh. Geil. Compoundbogen. Sehr nice. Ist er schon komplett ausgerüstet oder was? Nee, den kann man noch erweitern. Hihi. Napalmfallme. Was bitte? Aufgeladene Feuerfalle setzen beim Einschlag ein großflächiges Feuer frei. Wie krass ist denn das? Schaden erhöht. Ja gut, den Rest haben wir dann. Sehr nice. Lara. The Endurance Beach on the other side of those cliffs. You can probably use that new boat to make your way there. Maybe on those rocks across from the dock. So. Da muss ich hin. Dann gehen wir da mal hin. Ach, hier ist ja noch. Bisschen was zum anzünden und mitnehmen. So. Oh. Okay. Cool. Der schießt jetzt so stark, dass der selbst an so einer Wand dran klarkommt. Sehr geil. Okay. Okay, Reyes. I'm getting close to the endurance. What do you need exactly? Alex. We were getting worried. I'm gonna need a breaker bar and the rest of my kids. I can't hit this boat without them. Hooray. I'm on it. Lara is heading your way. You should wait for her. Lara? No. No, I got this. I'm heading in. Going radio silent. Alex. What are you doing? Ich hab' keine Ahnung auf was er sich da einlässt. So. Wo ist das Seil gespannt? Da oben. Komme ich da so dran? Das ist ja nochmal gut gegangen. Ich hätte auch ein Seil spannen können. Natürlich. Aber es wäre ja zu einfach gewesen. So und jetzt. Hoch muss ich. Ich komme doch da hoch. Ist noch ne Kiste. Was jemand gesagt Voris? Er ist weg von der Salvertop. Er ist weg von der Schiff. Er ist weg von der Schiff. Er weiß nicht was passiert. Er weiß, dass seine Brüder sind tot. Er weiß, dass seine Brüder sind tot. Ich bin froh, dass ich nicht auf dem Kuchen bin. Der große Hörger ist zu verlieren. Der große Hörger ist zu verlieren. hurry, oder? Also dazu bräuchte ich halt mal wieder ein Lager. Ja, so und jetzt? Jetzt bin ich ja einmal drum herum gerannt. Bringt nix. Oder wie? Hier? Ne. Hmm. Muss man doch hier drüber. Wieso? Was? Wieso ist denn der nicht tot? Der hat doch schon zu Tode gebrannt. Was ist der? Was ist der? Was ist der? So. Okay, also mit Feuer sollten wir sie nicht immer beschießen. Die machen dann Lärm. Ich hätte einen normalen Pfeil nehmen sollen. Naja. Gut, damit wissen wir das auch. Mädchen, was machst du denn? Ach. Toll. Super. Ganz toller Sprung. Ich hab dann nach oben gedrückt, sag mal. So. Nochmal. Ah ja, sehr gut. Damit kommen wir zurück. Das wollen wir aber, glaube ich, gar nicht, oder? Ne, wir wollen da drüben hin. Da müssen wir doch da hier hinüber. Ach, schade, der eine geht baden. Naja. So, hier wäre ein geheimes Grab. Sieht man ja auch schon an den Zeichen. Aber das besuchen wir jetzt nicht. Wollen wir da rein, ja? Tatsächlich. Gut. Halt die Kusch. So. So, hier muss ich irgendwo gegenschießen. Aber wogegen? Ah ja, da. Gut. Weißer Knopf. So, der hier. So. Müssen wir hier nochmal ein bisschen durchsuchen, was es hier so noch gibt. Da will ich rein? Und was ist dann da dahinter? Okay. Okay. Wenn die Königin weiterentwickelt wird, dann wird sie ihren Schwerpunkt wählen. Ich habe Angst, es wird mir sein. Ich bin jetzt ihre Lieblingsfamilie. Sie dreht mich auf. Sie nennt mich ihre Lieblingsfamilieinige Frau. Wie eine Delle, sie mich immer nahe zu ihr. Brust meine Haare, mich in ihre Lieblingsfamilieinig. Sie mich nicht mehr über die Worte. Aber es ist mehr schrecklich, sie ständig schlägt auf meine Features, als wenn sie sich auf ihre eigene Reflexion sieht. Hm. Interessant. So, kommen wir mal weiter. Meine Stimme versagt schon ein bisschen. Ich schling mal, ich schling mal gerade den Druck. Ah, so, herrlich, erfrischendes Wasser. So. Ist irgendwie ein Lagerplatz? Ne, auch nicht. Doch. Sehr gut. Na, ich dachte, sie erzählt wieder eine Geschichte. Aber dem ist nicht so. Na, gucken wir doch mal. Wir nehmen hier mit. Hm. Kann ich noch gar nicht. Ach, guck mal an. Gut, dann suchen wir uns was anderes. Ähm. Ne. Ne. Ne, das will ich nicht. Was ist hiermit? Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um große Belohnung zu erhalten. Dann machen wir doch das. Und das ist gut. Ach, das war mit Finesse gemeint, ja. Ha. Hätte ich das doch mal früher nehmen sollen. Ich mach ja die ganze Zeit nur Kopfschüsse. Oder relativ häufig. Juh, äh, die können wir uns noch nicht leisten. Geflochten sehen aber schon den Schaden erhöht. Das machen wir doch gleich mal. Sehr gut. Wunderschön. Na, da ist ihr noch reint, wenn es nicht wäre ich. Willkommen retr perspective. Sozt bin ich dir gern mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid auch gerne das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, unter dem Video Daumen hoch. Gerne auch einen Kommentar hinterlassen mit Tipps' Tricks und so weiter. Und gerne auch ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder in einem ganz anderen Video. Tschüss.